So, willkommen wieder zu einer regulären Aufnahme, und zwar Doom The Way Edit, Level 3, jetzt wieder mit wie gesagt einer scharf gestellten Kamera, hoffe ich, ja ist scharf, nein, nicht neu starten, das da, gut. Wow, wow, wow. Was hier schon wieder abgeht, ey. So, auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal hier ein bisschen Waffen-Technik versorgen, aufgerüstet ist ja soweit. Alles, bereit, ja genau, gut, dann geht's mit jetzt ein bisschen an meinen Health. Oh, fehlt noch ein bisschen was. Dachte, kostet grad nur 15.000. Fuck. Whoa. Arschloch. Ich muss vorsichtiger spielen, Alter. Oh! Ich verstehe das nicht. Mal sehen wir die gesamte Karte, mal sehen wir nur ein bisschen, mal sehen wir gar nichts von der Karte. Wonach richtet sich das? Ah, schau mal an, ist ja doch Musik dabei. Oha! Das sind aber viele Gegner. Hier ist es ganz schön dunkel. Gut, ich räume erstmal hier auf. Oh, das ist tot. Wow! Fuck! Gut, haben wir schon mal. Gucken wir mal die beiden Seiten hier. Oh. So, gut. Hatten wir auch schon mal. Achso, siehst du, wir sehen da hier alles. Hier ist wohl ein Sequel. Achso, da unten, in dem kleinen Raum, da ist ein Sequel. Kommen wir da rein? Ah. Ah. Gut, bringt es aber von dort erstmal nichts. Den brauchen wir dann später, um... Nee, hier nicht. Wahrscheinlich, um woanders reinzukommen. Okay. Gut, dann räumen wir erstmal hier auf. Gehe ich hier runter? Ich traue mich nicht. Irgendwie nicht wirklich. Deswegen speichere ich erstmal. Na komm. Komm. Gut, wir brauchen noch etwas mehr, also knapp 300 Punkte. Danke. Gut. Doch. No. Shut der. OH! 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 Das war's für heute. 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 Was wir heute zu explosionen? Das war's für heute. Das war's für heute. ich weiß weiß gerade noch nicht wie wir gerade hergekommen sind war gerade eher so ein gewusel aber wir sind auf jeden Fall hergekommen und da ist ja alles verfehlt so okidoki ja ist auch schon wieder so dunkel alter wer denkt sich ohne Maps aus schon mit vorne